Kim B. aus Duisburg, ganz nebenbei Schüler, hauptberuflich selbsternannter Gangster-Rapper und Videoproduzent. Hakim will es wissen, besser gesagt, er weiß es jetzt schon. In der neuen DSDS-Staffel kann es nur einen Superstar geben und das ist er selbst. Auch wenn sich schlappe 32.000 Leute beworben haben. Viele wollen so sein wie ich, aber können die nicht versuchen, mich nur nachzumachen. Was es bei Hakim so nachzumachen gibt, sehen sie selbst. Wie wäre es jetzt? Darf ich jetzt anfangen? Wie wäre es jetzt? I don't wanna come between. Ich habe freingeschissen, ja. Was sagst du? Freingeschissen. Ja, ich habe verkackt. Mist, Hakim, denn die Konkurrenz kann das Schlimmste bei sich halten. Ich habe dir so viel zu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Stimme, das hört ihr jetzt, ne? Ja, es tut mir leid, da kommt nichts. Wenn bei mir nichts rauskommt, gehe ich gar nicht erst auf die Toilette. Ich würde mir das ganz genau vorher. Kommt was raus, kommt nichts raus. Man darf echt immer nicht vergessen, dass ich seit meinem 18. Lebensjahr in Studios sitze und natürlich wirklich schon Hunderttausende von Menschen gesehen habe, die singen oder die nicht singen können. Und mit dieser Erfahrung im Nacken will der Dieter bei DSDS diesmal aussieben wie nie zuvor. Mir ist es zum Beispiel diesmal nicht so wichtig, also nur auf Stimme zu achten, sondern wir suchen ganz speziell eben eine große Persönlichkeit. Bitte entschuldigen Sie sich. Nein, wenn nichts klappt, kannst du ein Lachsack werden. Auch mit dem Spleen einige, das sollte man heutzutage haben. I know exactly what they need and even in your case. Ich bin total aufgeregt, ich bin sowieso super aktiv und jetzt alles zusammen, das ist so ungefähr, als wenn auf eine kleine Flamme vorher irgendwie noch Benzin rausschmeißen. Benzin draufschmeißen, das will jetzt auch Hakim. Wir erinnern uns, der Hakim, den alle immer versuchen nachzumachen. Dass das so schlimm ist, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Dieter, was sagen Sie? Weil es nichts sind, wollen Sie von mir an. Du musst es ja können, ich kenne jetzt ja nicht. Vielleicht kann ich die Dieder ja auch. Na gut, ich sage Mario. Dieter gibt Hakim noch eine Chance. Diesmal will er auf keine Kandidatenwetten abschließen. Die Moral von der Geschichte, halbe Eier rollen nicht. Ist ja völlig egal. Auf jeden Fall kann ich nicht immer meine Eier jetzt in die Waagschale schmeißen. Ob Hakim vor Bolendorf noch zum harten Gangsterrapper mutiert, das sehen Sie morgen bei Deutschland sucht den Superstar um viertel nach acht hier bei RTL.